Mein sehr verehrtes Publikum, es ist wieder so weit. Das berühmt-berüchtigte Sommerloch steht vor der Tür. Wartet mal kurz, ich gehe mal schauen. Glück gehabt, es ist noch weit genug entfernt. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen, ob es dieses Sommerloch wirklich gibt für dich als Verkäufer oder ob das alles nur von der Masse getragen wird. Spannendes Thema, wir sehen uns nach dem Intro. Wir sind also schon wieder an diesem Punkt angelangt. Wir haben Anfang Juli, die Ferien stehen an, gefühlt ist ganz Deutschland in Aufbruchstimmung und es geht irgendwo in den Urlaub hin. Und die große Frage für dich als Verkäufer ist, lohnt es sich überhaupt in dieser Zeit aktiv Vertrieb zu machen oder soll ich dann wirklich mal den Außendiensttag am See genießen? Wie verhält sich das in den Sommermonaten, Juli, August, vielleicht noch in den September reingehend? Und dazu, natürlich ist es von Branche zu Branche unterschiedlich. Du solltest deinen Markt kennen, deine Branche kennen. Und trotzdem habe ich eine allgemeine Frage an dich und die lautet Ist das alles nur ein großer Irrglaube oder tatsächlich Realität? Wie sieht das denn jetzt aus? Also lass uns doch mal schauen. Wenn alle gar nicht mehr da wären, also wenn du gar keine Chance hast, jemanden zu erreichen, dann ist ja quasi die gesetzliche Urlaubstageanzahl von 24, die meisten haben mehr, eher 27, 30, dann ist sie ja viel zu wenig, weil du müsstest ja im Juli und im August komplett zu Hause bleiben. Also es lohnt sich für Unternehmen gar nicht, in dem Moment zu agieren. Und ich kann dir sagen, bei mir im Business, Juli, August, da macht keiner Trainings, niemand, also wirklich niemand. Und wir sitzen auch die ganze Zeit nur hier rum oder drehen ab und zu mal ein YouTube-Video. Kurze Antwort dazu, völliger Bullshit. Ich habe gerade nochmal nachgezählt, im Juli sind es aktuell 11 Trainingstage und im August sind momentan 9 Trainingstage blockiert. Das sind alles verschiedene Firmen, die Trainings mit ihren Außendiensten, mit ihren Innendiensten machen, weil auch die sind nicht alle auf einen Schlag gleichzeitig im Urlaub. Und ich glaube, ich habe eine Idee, wie das ganze Thema Sommerloch zustande kommt. Du wächst ja in eine Gesellschaft rein, du fängst in einem Unternehmen an, du lernst von den Kollegen und dann wird dir schon am Anfang gesagt, du pass mal auf, im Juli und im August musst du gar nichts tun. Da kannst du nur vorbereiten, deine Ziele kontrollieren, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber so wirklich aktiv in die Kunden reingehen, nee, mach das nicht. Also lohnt sich an der Stelle einfach nicht. Und wir nehmen den Gedanken auf und glauben das Gesagte. Also findet viel von diesem Sommerloch auf der Einstellungsglaubensebene statt. Wir glauben, dass es so ist und dann ist die Einstellung, jetzt müssen wir eh nichts tun, weil es gibt ja kein Ergebnis. Wenn wir das Ganze aber mal kritisch hinterfragen, wenn wir uns mal verschiedene Statistiken anschauen, dann habe ich dir mal eine Zahl mitgebracht. Eine Zahl, die ich zum Glück relativ früh in meinem Leben kennenlernen durfte. Und diese Zahl sagt, dass über 60% deiner Kunden, der Unternehmen, mit denen du arbeitest, also mit deinen Ansprechpartnern, dass die immer da sind. Also dass egal zu welcher Jahreszeit, immer mindestens 60% in Deutschland aktiv erreichbar sind. Also irgendwo im Büro oder draußen unterwegs, auf Messen, Kongresse, wie auch immer, die sind da. Also im Umkehrschluss sind nie mehr als 40% zeitgleich im Urlaub. Und genau das sollten wir uns mal als Zahl, als Gedanke mitnehmen und dann mal kritisch prüfen, okay, wo kann ich gezielt reingehen? Kann ich mal meine Wunschkundenliste durchgehen? Kann ich mal gezielt Empfehlungen nachtelefonieren? Und ja, vielleicht hast du eine schlechtere Erreichbarkeit. Vielleicht musst du mehr Bruttoaktivitäten reinkippen, um mehr netto zu haben oder gleichbleibend netto zu haben. Das kann gut sein. Es kann aber auch sein, dass du einen Entscheider erwischst, der gerade aufgrund der Sommermonate und bei ihm ruhigen Zeiten Zeit für das Gespräch mit dir hat. Das kann sein, dass dein Entscheider gerade in Griechenland Urlaub macht mit seiner Familie, das Handy ausgeschaltet ist und er wirklich mal drei Wochen die Ruhe genießt, um Energie zu tanken. Seine Assistentin aber in der Zeit sehr wohl Gehör findet für deinen Anliegen und für deinen Nutzen und das dann später weiter transportiert, einen Termin ausmacht und ihr im August zu einem Abschluss kommt. Das kann alles sein. Und genau deswegen glaube nicht der breiten Masse. Glaube bitte nicht, dass alle deine Kunden weg sind. Glaube nicht, dass der Tag am See oder die drei Monate am See des Rätsels Lösungen sind, sondern schau bitte gezielt, was kannst du machen. Und die zweite Frage dazu, und die finde ich sehr, sehr spannend, Was macht denn dein Wettbewerb in der Zeit? Nur mal angenommen, dein Wettbewerb glaubt, dass es dieses Sommerloch gibt, also dass die Sommermonate quasi ohne Geschäft ablaufen. Ich kenne viele Trainer zum Beispiel, die sagen, im Juli und am August geht nichts. Sind die gerade gezielt auf Akquisitor? Nein. Haben die gerade eine Aktion, die die fahren? Nein. Sowas wie Sonderangebote für Bestandskunden, weil Sommer ist beispielsweise? Nein. Also machen die irgendwas im Marketing oder an Verkaufsaktivitäten, um da Trainings zu verkaufen? Nein. Projiziere das mal bitte auf dein Business. Was macht denn dein Wettbewerb, wenn er denkt, es geht nichts? Ist er zu Hause, verbringt die Zeit im stillen Kämmerchen, bereitet irgendwas vor, was auch Sinn macht? Kommen wir gleich zu Punkt 3. Oder ist er auch beim Kunden? Und jetzt wirst du sicherlich denken, okay, viele von meinen Wettbewerbern denken, Sommerloch, musst du nichts machen und ab September, Oktober greife ich wieder an, Q4 Vollgas. Nutze die Zeit. Also sei da einfach wach und nutze diesen Moment. Vielleicht gibt es gerade nur dich, der da draußen unterwegs ist, der da akquiriert, der bei einer Messe erscheint oder der das Telefon in die Hand nimmt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und Nummer 3 ist natürlich, was kannst du vorbereiten, was kannst du kontrollieren, mit welchen Themen kannst du dich beschäftigen? Die Zeit, die du jetzt hast im Sommer, wenn du die Analyse hast, okay, es sind tatsächlich viele Bruttoaktivitäten notwendig, um gleichbleibendes Netto zu haben, also gleichbleibende Anzahl von Gesprächen. Und ich nehme mir vielleicht bewusst im Sommer mal den Donnerstag und den Freitag raus oder nur den Freitag raus, um mich mal mit anderen Themen zu beschäftigen. Ja, dann guck doch mal. Q1, Q2 ist in den meisten Branchen, die ich kenne, richtiges Vollgasgeschäft. Was bleibt in der Zeit liegen? Was schaffst du nicht abzuarbeiten? Wie voll ist dein E-Mail-Postfach? Was ist mit deinen Zielen? Bist du gerade auf Kurs oder hingst du hinterher? Ich war gestern Abend laufen. Meine App sagt mir ganz klar, ich muss mich echt sputen, wenn ich mein Jahresziel erreichen will. Aus Business betrachtet, welche Umsatzzahlen möchtest du erreichen? Welche Abschlussquoten? Bist du da gerade auf deinem Weg? Oder solltest du danach bessern? Also wie sieht es aus mit deinem Umsatzplan, Umsetzungsplan? Und wo stehst du gerade? Beziehungsweise wo möchtest du hin bis zum Jahresende? Und wie viele Akquiseanschläge sind dafür notwendig? Lohnt es sich gerade, deinen Markt mal strategisch einzuteilen? Lohnt es sich gerade, die Zeit zu nutzen, um mal zu schauen, hey, sind eigentlich die A-Kunden noch A-Kunden und die B-Plus noch B-Plus? Also mit Potenzial für die Zukunft versehen? Oder hat sich da was geändert? Gab es da Unternehmenszusammenschlüsse? Sind welche vom Markt gegangen? Gegangen wurden? Wie auch immer? Was hat sich da verändert? Nutzt doch mal Dr. Google und frag mal, wie sieht eigentlich mein Markt gerade aus? Welche Bewegungen gibt es da? Du kannst im analytischen, im strategischen, in deiner eigenen Zielerreichung so viel machen, so viel machen, dass du den ganzen Sommer wahrscheinlich füllen könntest. Aber wie gesagt, es sind ja trotzdem über 60% da. Alternativ, was ist mit deinen Prospekten? Willst du irgendwelche E-Mail-Bausteine basteln? Brauchst du neue Verkaufsbroschüren? Gibt es neue Produkte, auf die du dich noch besser vorbereiten kannst für die Gespräche im August, im September? Es gibt so viele Themen, also dieses Sommerloch ist erfunden, dieses Sommerloch ist Quatsch. Wir können bewusst auch bitte alle den Sommer genießen. Du weißt, ich sage immer, mehr Umsatz, mehr Zeit, mehr Leben. Also tank ganz viel Energie im Sommer. Lass die Sonnenstrahlen auf deine Haut, weil das tatsächlich dafür sorgt, dass es dir gut geht, dass du Energie bekommst und geh raus ins Freie, wenn du die Aktivitäten vorantreiben willst, die ich gerade genannt habe. Unbedingt! Aber sei bitte auch immer in den Gedanken, dass genügend Kunden für dich Gehör finden und vermisch das dann bitte auch, sodass du mit der Energie aus deinem Urlaub, aus deinem Familienurlaub, aus der Zeit mit der Familie oder mit deinen Freunden, wie auch immer und den Sommeraktivitäten wirklich gestärkt in das Jahresendgeschäft starten kannst. Bei vielen startet das schon ab September, dann geht es wieder raus, dann geht es wieder im Vollgasmodus weiter und du kannst in der Vorbereitung, ich wiederhole mich jetzt, so viele Aktivitäten setzen, die dich dazu bringen und das wirst du sehen und das verspreche ich dir, dass du dein Jahresergebnis erreichst oder übertriffst. Also, Sommermonate nutzen, individuell prüfen, in die Umsetzung, viel Spaß dabei, nutz den Juli, nutz den August, da geht extrem viel Geschäft. Wenn es dir gefallen hat, denk an den Daumen nach oben, abonniere den Kanal, dann sehen wir uns beim nächsten Video und schreib doch mal deine Erfahrungen mit den Sommermonaten in die Kommentare. Ich freue mich sehr drauf, bis zum nächsten Mal.